Haha, da sind wir auch schon wieder. Zurück in der Burg. So, und ich habe mir Folgendes überlegt. Wir werden nochmal reisen, und zwar Totenacker der Asche. Hm, Feuerband, Schrein, nein. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin und gucke mich nochmal ein bisschen um. So, ich werde irgendwo irgendwas übersehen haben, bin ich mir ganz sicher. Zum Beispiel diese Burg da hinten, oder weiß ich nicht. Keine Ahnung, jetzt sind wir auf jeden Fall hier, und, ja, mal schauen. So, hier bin ich hochgegangen am Anfang, genau, das war unser erstes Bonfire. Vielleicht geht es da unten irgendwo weiter, und ich habe das nur nicht gesehen. Okay, die brauchen, die brauchen zwei Pieks da. Ah, ist okay. Schwindende Seele, nehmen wir auch mit, auch okay. Weg mit euch. So, das scheint auf jeden Fall eine Sackgasse zu sein. Du warst ein Bogenschütze, richtig? Richtig. So, was mit dir? Ah, verdammte Axt, ich will den... Wisst ihr, was ich will? Natürlich. Ich kriege es aber nicht hin. Ich bin einfach zu langsam mit dem Schild. Nochmal. Ach, komm her, ey, du bist einfach unberechenbar. Scheiß Schabracke. So. Hier unten, ihr beiden. Nein, du nicht. Nein. Ach, kommt her, wir machen das so. Das geht ja irgendwie. Ja, die haben wir auch im Sack. So, aber irgendwelche Abzweigungen, wie zum Beispiel, man läuft hier irgendwie runter und geht ins Grab des Königs oder was weiß ich. So was habe ich jetzt hier nicht gesehen. Hier kommt man auch nicht rum. Da hatte ich letztes Mal irgendwie gesagt, wir gucken, ob man da hinten an dieses Fenster kommt. Das sieht mir hier aber nicht so aus. Also hier auf die andere Seite irgendwie hier hinter. Das scheint nicht zu gehen. Nur da kann man hier irgendwie mit so einem Skill Jump. Ne, komm, vergesst es. Also selbst wenn man könnte, ich kann das nicht. Und dahinter ist auch einfach nichts. Okay. Hier geht es auch sonst. Ne, das wäre komisch, wenn es jetzt hier irgendwo runter gehen würde. Weil hier ja eigentlich dieses Bosskampfareal war. Ich sehe jetzt erst, dass hier so ein großer Sarg liegt. Ich weiß gar nicht, ob der da rausgekommen ist. Hm, man weiß es nicht. Ist auch egal. Wir machen jetzt auf jeden Fall Backtracking. Da oben geht es zum Schrein. Ach so, das Gebäude ist der Schrein. Jetzt habe ich es auch endlich begriffen. Hm. Und hier ist aber sonst... Ne, hier ist auch sonst nichts. Was wollt ihr denn hier? Menü öffnen. Ah. Intro-Kram. So, ich hatte mir überlegt, wir versuchen gleich nochmal diesen komischen Ninja. Ach. Da ist auch nichts. Da rechts habe ich letztes Mal schon geguckt. Hier steht irgendwie einer und bewundert die tolle Aussicht. Wiedersehen. Wiedersehen. Kann man so natürlich nicht looten. Aber, pfff. Wird da. So, nehmen wir das nochmal. Stößchen. So, man geht... So, man geht... auch mal gucken. Also, eine Taktik wäre es natürlich, ihn da runter zu kicken. Aber ich möchte ihn gerne looten. Ah, der ist zu schnell. Komm nicht mal dazu, meine Schereattacke zu machen, ne? Was sagst du dazu? Ja. Habe ich mich jetzt mal erschlagen lassen. Ich gehe da jetzt nochmal um die Ecke hin, wenn ich voll bin und dann ein bisschen konzentrierter. Ich könnte mir vorstellen, dass der einfacher ist, wenn man den pariert. Ich könnte mir aber auch ebenso vorstellen, dass der Typ mich in tausend Stücke hackt. Sollte das irgendwie schief gehen. Falls ihr mir folgen könnt. Ich teste es mal. Ich meine, ich habe hier so ein Schild gefunden zum Parryen. Ja, ich glaube, das geht ein bisschen besser. Ich teste hier mit. Ich teste das jetzt einfach mal. Also, passieren kann uns ja eh nichts. Wenn wir sterben, sterben wir halt. Also, wir können nicht mehr sterben als jetzt schon. Ach, das ist ein Bug übrigens. Ein sehr nerviger. Den hatten sie in der Beta schon. Es wundert mich, dass sie den nicht behoben haben. Wenn man da oben so eine Wand hat, dann muss man hier einfach nochmal rasten. Und dann sollte die eigentlich weg sein. Oder zumindest so sein, dass man dann hier durchgehen kann. Sollte. Hätte. Hätte. Fahrradkette. Warum ist das jetzt so? Ah, die Wand ist noch da. Das gibt es doch gar nicht, dass ich mich jetzt hier ausgesperrt habe. Also, in der Beta war es noch so, dass man, wenn man einmal am Leuchtfeuer gerastet hat, danach hier durchgehen konnte. Also, irgendwas ist da. Das haben sie auf jeden Fall nicht sauber programmiert. Ich denke mal, irgendein Event wird da stattfinden. Vielleicht später oder so. Dass uns jetzt, ähm, dass irgendwie falsch getriggert wird, dass man da jetzt nicht hin kann. Naja, was soll's. Ach, die Armbrust ist mir auch gerade wieder eingefallen. Nehmen wir die Armbrust mal da hin. Und den Rapier weg. 107, 107. Der macht physisch insgesamt ein bisschen mehr. Naja. Egal. So, einmal wieder reisen. Feuerwand schreien. Und dann wollen wir mal hoffen, dass ich jetzt hier rausgehen kann. Ne, die Wand ist immer noch da. Es kann aber sein, dass ich jetzt durch darf. Ach, Leute, das ist echt nervig. Das sollte heißen, nein, ich darf da nicht durch. Okay. Toll, jetzt liegen meine 200 Seelen da. Ja, aber, pff. Also gehen wir mal wieder hier hin. Erstes Leuchtfeuer. Alles nochmal auf anfangen. Ich gehe jetzt mal hier nach oben. Ne, da kommt man ja ursprünglich her. Ne, so viel habe ich jetzt mittlerweile begriffen. Genau, aus der Burg geht's los. Und dann freut man sich, wenn man hier sein erstes Leuchtfeuer sieht. So, ich könnte jetzt hier links runter oder ich kann hier rechts runter. Hier rechts runter gelangen wir zwangsläufig irgendwann in eine Sackgasse, wie wir herausgefunden haben. Das heißt, ich gehe jetzt links rum. Hier hatten wir irgendwie dann verschiedene Optionen, früher oder später, sage ich mal. Hier ist gerade etwas negativ aufgefallen. Ich hätte gern wieder meinen 100% Blockschild. Ich bin einfach zu langsam. Das Problem ist, dass diese Waffe zu langsam ist. Ich glaube, das liegt gar nicht so sehr an dem Charakter, sondern das liegt an der Waffenart. Da werde ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe ja schon gesehen, dass der Rapier deutlich schneller ist. Aber der Rapier ist jetzt irgendwie nicht so meine Wunschwaffe, sage ich mal. Also Schwert fand ich eigentlich schon immer ganz cool. Nur die Animation, die dauert einfach so lange, dass der Gegner einfach zuhaut, während ich zuhauen möchte. Und dann werde ich immer getroffen. Und weil ich so wenig Peus habe, werde ich auch noch unterbrochen. So, jetzt habe ich mal gesehen, wo der immer herkam. Den muss ich davor einfach übersehen haben. Okay, da ist nichts. Ja, den könnte ich jetzt mit zig Pfeilen irgendwie wahrscheinlich abschießen. Das finde ich aber irgendwie... Hm. Da kann ich auch nicht rein. Was soll dieser Bereich hier? Oder kann ich hier irgendwie rein? Also, ich würde da gerne rein. Aber das ist wohl nicht so gedacht. Möglicherweise ist das hier einfach dazu da, dass man diesen Drachen da irgendwie wegschießen kann. Ich habe jetzt natürlich viel zu wenig hiervon. Okay, ein bisschen höher. Ich versuche die Pranke zu treffen. Ich glaube, davon zeigt er sich ziemlich unbeeindruckt. Wo bist denn du noch her? Ist ja gefährlich. Den habe ich vorher gar nicht gesehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Hier scheint es überall nicht weiter zu gehen. Das heißt, ich muss runter in das Loch. So, zu den beiden Vögeln. Euch kenne ich ja mittlerweile schon ganz gut. Und jetzt muss ich mich hier auf den Etagen einfach mal ein bisschen besser umsehen. Ob ich hier nicht irgendwo doch noch was vergessen habe. So, da vorne war zu. Da geht es also nicht durch. Warum kann man auf diesen Vorsprung springen? Sowas hat eigentlich immer irgendeine Bewandtnis. Ja, vielleicht lag hier ein Item. Kann sein. Kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. So, hier kam die wieder. Hier kann man wieder das Treten üben. Das ist doch lächerlich, ey. Da will man mal treten. Und dann dauert selbst diese Trittanimation einfach so lange, dass man damit nicht zurande kommt, ne? Also, ich weiß, das ist Meckern auf hohem Niveau. Versteht mich nicht falsch. Aber. Es ist halt ein bisschen nervig. Genauso wie dieser Drache hier ein bisschen nervig ist. Also, ich kann nicht mal an dem Mob vorbeilaufen, ne? Ich sag gar nichts dazu. Ich lass das einfach mal, dass die Bilder für sich sprechen. So, jetzt kommt wieder der scheiß Ritter. Kommt da noch, oder? Ja, sobald man ihn irgendwie, sobald er visible wird vom Spiel sozusagen. Ja, ich wollte den backstabben, aber auch das darf ich nicht. Egal. Achso, mir fehlt nach wie vor ein Schlüssel. Also, wir haben ja jetzt schon mehrere Türen gesehen, von denen ich mich nur noch an sehr wenig erinnern kann. Ähm, aber wir haben noch keinen Schlüssel gefunden. Ich weiß, dass diese komische Frau einen verkauft für 20.000 Seelen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vom Spiel aus nicht so gedacht ist, dass man sich das jetzt schon holt. So, hier werden wir jetzt gleich mal ganz genau gucken. Also, fangen wir mal hier an. Und dann, erste Ebene, oben, wo ich reingekommen bin, geht's nach oben. Zu dem Leuchtfeuer am Turm, was wir auch direkt verwenden werden. Achso, Moment mal. Ich möchte gerne tatsächlich die Lagerkiste organisieren. Ich habe nämlich viel zu viel Kram dabei. Wurfmesser brauche ich nicht. So, Brandbomben. Die möchte ich gerne aufheben. Was macht das hier genau? Fügt der Waffe Blitz hinzu. Da ich aber schon eine Feuerwaffe habe, die ich nicht tunken kann, heben wir uns das auch erstmal auf. Das heben wir auch alles auf. Die Seelen behalten wir. Das lagern wir ein, das lagern wir ein, das lagern wir ein. Das komische Bruchschwert kann da bleiben. Der Kettenbrecher kann da bleiben. Bogen können wir nicht benutzen. Die kleinen Schilde sind schlecht. Den großen können wir noch nicht benutzen. Der normale Ritterhelm kann weg. Das kann weg. Die Hosen können weg. Okay. So. Auf ein neues. So, den Ritter da, den lasse ich mal ziehen. Nächste Etage. Das ist unfassbar. Man kommt einfach nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Da ist man schon ein Ritter in einer dicken Rüstung. Und trotzdem durchschlagen die die Poise. Man kann nicht mal mehr Blocken drücken. Also, ich würde zu gerne wissen, welches Talent ich steigern muss, damit ich da ein bisschen mehr Durchhaltevermögen habe. Also, dass ich einfach nicht die Poise verliere. Also, das ist echt übel hier mit denen. Und ihr habt es vielleicht gerade gesehen, mein Charakter hat ausgeholt zum Schlagen. Ich habe extra ein bisschen eher Schlagen gedrückt. Und trotzdem hat der kacken Ninja vor mir zugehauen. Ja, die habe ich aber gerade noch so gesehen, Ninja. Hm. Bin etwas ungehalten. So. Wo geht es denn hier eigentlich hin? Okay, da ist noch so ein Ninja. Ja, ja. So, nächste Etage. Hier war dieses komische Dach. Richtig? Nicht richtig. Hier war die Stelle, wo die Leute mich irgendwie überfallen. Genau, du nämlich. Wo auch immer du jedes Mal herkommst. Keine Ahnung. Habe ich viel da nicht gesehen. So, da vorne ist dieser Tentaculous-Mensch. Ich glaube, das bist du da. Richtig? Natürlich. Okay. Aber wenn du nicht irgendwas schießen kannst und ich nicht hier runterfalle, hast du gar nicht ein Problem. Natürlich falle ich da runter. Gott, trinkt was. Ich sehe nichts. Ich würde gerne langsam mal wieder auf die Beine kommen. Danke. Oh, Leute. Komm, geh einfach tot und nerv mich. Okay, hier kann man auf jeden Fall eine Scherbe fahren. Also, mit der Kamera und das alles, ne? Oh, ich sag, F10 kommen mir wieder in den Kopf hoch. Das ist einfach... Na gut, das ist halt die Art des Spiels. Irgendwie muss man das halt mit der Kamera regeln. Aber es ist irgendwie meiner Meinung nach nicht optimal. So, da hinten, da bin ich letztes Mal gestorben, als ich da hinspringen wollte. Glaube ich, war das das Vordach? Kann sein. Da geht's auch noch runter. Oh, und der dicke Mob da unten ist halt wieder da. Na gut, auf jeden Fall gucke ich mich jetzt hier erstmal ein bisschen weiter um. Ui. Ich hatte doch noch die eine oder andere Stelle, ähm, ihr erinnert euch. Und zwar, wo ich dann einen Rückzieher gemacht habe, wo der komische Ritter durch diesen Saal mit den Stühlen gegangen ist. Da gab's auf jeden Fall noch Loot. Da unten ist auch Loot auf dem Dach da. Guckt man da hin? Nee, von hier aus nicht. Das ist wieder sowas, hier sterbe ich wieder und auf das Geländer also Lobos Junior, der würde da wahrscheinlich hinkommen. Ich komme da nicht hin. So. Ah ja, hier sind wir ja direkt. So, hier habe ich letztes Mal einen Rückzieher gemacht. War ja nicht. Genau, wegen dem da vorne nämlich. Ah, das... Nein, ich wollte eine Feuerbombe schmeißen. Ist das ärgerlich? Na, egal. Habe ich meinen letzten Heiltrank gesorgt, wenn sowas Bescheuertes ist. Das macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. So, ich nehme mal zwei Hand und haue einfach drauf. Wie sich das gehört? Hm. Hier war ich definitiv noch nicht. Untotenjäger-Amulett. Was bist du denn? Zur Untotenjagd genutztes Werkzeug blockiert Estos-Regeneration. Ach so, das ist so ein... Naja, ich will nicht sagen PvP-Item, weil man kann auch Phantome damit beschweißen, aber... da kann man sich dann halt nicht heilen. Das hieß mal irgendwie Lloyds Talisman oder so. So, geh einfach kaputt. Ich kann mich nicht mehr heilen, aber jetzt bin ich bei dem Item. Schön, ne Scherbe. das habe ich nämlich vorhin gesehen und ihr erinnert euch, ich hatte mich gefragt, wie ich hier hinkomme und dann können wir das auch abhaken. Gut. Ich soll mal schon wieder so viel sehen, dass es sich eigentlich lohnen würde aufzustufen. Ich bin sogar versucht, das zu machen. Ich nehme jetzt hier noch ein bisschen Kleinkram mit, aber wenn ich merke, dass das irgendwo einfach zu Overkill ist, dann gehe ich zurück zum Leuchtfeuer. Ich gucke gerade mal, ob man hier irgendwo taktisch runterspringen kann. Also hier eventuell ziehe irgendwas hinter. Ne. Oder ich muss mit der Fackel hier die Bücher verbrennen? Nein. Kann man durch. Gucken wir uns gleich an. Da steht wieder einer, aber ich bleibe hier an diesen verdammten Kisten hängen. Brandbomben. Breitschwert. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Achso, weil das hier auch nicht mehr skaliert. Ja, ich behalte das erstmal. beziehungsweise ich nehme die beide rein und dafür die Armbrust raus. So. Was mir übrigens aufgefallen ist, ich habe bisher noch keinen Gegenstand gesehen, oder er ist mir nicht aufgefallen, sagen wir es mal so, der so einer Menschlichkeit entspricht. Wisst ihr, dass ich mich so entfachen kann, wie das hier heißt? Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Da unten ist ganz schön viel los. Mal gucken, ob wir die Bande ein bisschen ausdünnen können. Du scheiß Hund. Das TNT-Fast da würde ich gerne treffen. Irgendeins davon. Ach, das ist doch alles Quatsch. Ach, du Scheiße. Hm, das hat der dicke Onkel da unten mitbekommen. Okay, da sind ganz schön viele dicke Onkels. Warum kann ich dich schon wieder nicht anvisieren? Ich möchte diese Truhe nicht kaputt machen. Okay, das schlägt auf jeden Fall ein bisschen schneller zu, das ist schon mal ein Vorteil. So, da ist eine Kette dran. die Kette zeigt nach hinten. Ich riskiere es mal. Silber Adler Langspitzenschild. Physisch 100, ansonsten schlechter. Wiegt mehr. Macht ein bisschen mehr Schaden, was ist denn Waffenfertigkeit? Das Ausrüsten dieses Schildes in der linken Hand ermöglicht das Ausführen der Fertigkeit der Waffe in der rechten Hand. Ach so. Ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall interessant. dass man da auch noch irgendwie drauf achten muss. Und dass es wieder Kisten gibt. Da unten ist Loot. Tja, ich kann mich nicht mehr heilen. Ich bin fast tot. Hab 2700 Seelen. Vergesst es, was ich vorhin gesagt habe. Das sind die besten Voraussetzungen, um hier einfach mal unten ein bisschen Theater zu machen. So, da stand nämlich gerade schön passend neben dem Fass da. Ich würde den gern nochmal neben so ein Fass locken. Das hört sich anders an, aber ich kann nichts machen. Ui. So, der hatte auch einen Fass neben sich. Und das versuchen wir jetzt nochmal mit ihm da drüben und dieser Ansammlung fässern. Oh, jetzt. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Das hat sich ja jetzt überhaupt nicht gelohnt. Oh Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Ui, war das knapp. Ho, ho, ho. Auf Messers schneiden. Estus-Scherbe, das ist schon mal sehr gut, da haben wir schon mal ein bisschen Heilung mehr. So, der scheiß Köter. Uh, hier ist ja jede Aktion, die man macht, echt, äh, könnte die letzte sein, ne? Gefängnisschlüssel, ha, wo war denn der nochmal? Hm. Tja, gute Frage, nächste Frage, jetzt müsste ich mein eigenes Video angucken. ich glaube, wenn man am Anfang die rechte Treppe nahm. Irgendwas poltert hier, ach, der Dicke da unten. Ja, aber irgendwie ist es cool, dass man hier auch tatsächlich überall, ähm, hinkommt, was man so im Vorfeld angucken kann. Das gefällt mir sehr gut. ist hier eine Leiter? Ja, da war irgendein Mob unter mir, also den könnte ich jetzt in einer mühseligen Aktion totschießen, da unten. Das wäre aber super mühselig. Und guckt, ach so, da hinten, genau, da ist der Loot. Hm. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück, aber auf jeden Fall cool, dass wir hier schon mal wieder so viel Neues entdeckt haben. Wie kommt man denn da oben eigentlich hin? Da ist nämlich auch noch Zeug. Kann man hier eine Tür aufmachen? Ne, so gemein sind die nicht. Ne. Hm. Hm. Was haben wir denn noch so an Items eigentlich dabei? Ne Glut, wozu ist das? Erhält die Stärke der Flamme und Max TP bis zum Tod. Ach, das ist so ein, das ist eine Menschlichkeit sozusagen. Okay. Ja, werde ich mir mal gönnen. Einmal volles Leben bitte und mehr leben vor allem. Ich bin ja geneigt zu versuchen darüber zu springen, aber das ist ne, das ist viel zu weit. Das ist viel zu weit und auch auf der anderen Seite, das ist glaube ich einfach nur das ist so Style sage ich mal. Naja, egal, ich mache jetzt hier erstmal kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.